Ayo, was gefühlt hat? Ich hoffe, ich herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Let's Play Days Gone. Das letzte Mal ist ein Video fliegen geblieben, Freunde. Und ich würde sagen, wir gehen heute erstmal auf entspannter Basis. Äh, diese Nero-Geboten da aufsuchen. Und mal gucken, was die Penner so, wieder treiben, Digga. Aber das erste, was ich machen möchte, ist, ähm, erst mal die Scheiße hier voll machen. So, wirklich weit ist es ja nicht. Sorry, Entschuldigung. Platz. Okay, Bro. Jungs, morgen ist es heute Morgen mein erster Schultag, ja, Selim. Nee, nee, nee. Mein erster Schultag, Digga. Ich freue mich, ehrlich gesagt, übelst. Mal gucken, wie es wird. Es sind schon einige interessante Leute dabei, so, mit denen man arbeiten kann. Ich hoffe, dann entsteht ein paar Sachen. Mal schon. Meinst du, die haben uns hier oben gesucht? Keine Ahnung, Boosman. Ich hätte ja gefragt, wenn sie nicht versucht hätten, ihr die Augen auszustechen. Tut mir leid, Bruder. Ich hätte bei dir sein sollen. Klar, Mann. Ja, ich weiß. Zieh einfach, Digga. Scheiße auf die Ohrensöhne. Ja, man merkt, dass wir Stufe 2 noch haben, Digga. Das zieht ab, nun mal. Boos, bist du da? Ja, Digga. Wie geht's dir? Okay, wir sind auch wenig zusammengekommen. Scheiße, ich hab nichts zu trinken, Gott. Fuck. Ich wusste, irgendwas fehlt grad. Egal, scheiß drauf. Scheiß drauf, scheiß drauf, Digga. O'Brien, ich bin bei einer deiner Barken, bei Camp Creek. Nichts zu sehen. Ein Moment. Okay. Ein Mitarbeiter ist gleich bei dir. Du weißt, wie's läuft. O'Brien, Ende. Ja, das weiß ich. Ich bin hier draußen und versuche, meinen Arsch zu retten, während ich den Spanner für dich mache. Das müssen wir ja noch machen, bis wir Dinge ins herausfinden, was passiert. Ja, Arschloch. Was sollte das Ganze? Als wir das letzte Mal gesprochen haben, hast du dich vor Angst fast eingepisst. Es ist nichts. Ich sagte, es gibt mächtigere Leute, die nicht wollen, dass wir mehr erfahren. Sie hat mich fast erwischt. Weißt du was? Es ist mir scheißegal. Alles, was ich will, sind Informationen über Sarah. Winterkern. Es arbeitet schon immer daran. Das dauert einfach. Du musst einfach Geduld haben. Ja? Was anderes bleibt mir wohl auch nicht übrig. Die Forscher gehören nicht zu meiner Einheit. Ich kann sie also nicht verfolgen. Deswegen müsstest du... Da sind sie. Die 10 Soldaten in der Reihe. Alles klar. Ganz genau. Oh, das hab ich fast gesehen. Ich bin ja nicht da. Der eine Bruder backt schon wieder. Nein, Mann. Oh, Gott. Alter, ich hab's nicht gesehen. Scheiße, ich hab's nicht gesehen. Gott, es wird wildig. Warte mal, der geht da. Der dreht sich ja so. Okay. Der dreht sich auch weg. Oh, der war auch ein Bruder. Okay, easy. Außerdem trägt das so wie ein Schmuck und Kleidung, die weniger abgetragen und beschwurzelt hat. Sorry, ich hab' gerade mitgehört. Ah, der bewaffnete Biologiestudent. Sowas in der Art. Also, es trägt Schmuck. Was bedeutet das? Diese Dinger sind seit zwei Jahren hier draußen. Zerfleischen uns und sich untereinander. Ja. Ziehen Sie mal einem Kavian zwei Jahre lang eine Goldmuh an. Lassen Sie ihn frei und schauen Sie, was passiert. Okay, okay, ich verstehe. Diese Uhr sieht neu aus. Wirklich? Gut. Das bedeutet, dass das Subjekt entweder darauf Acht gegeben hat oder Sie vor kurzem... Vor kurzem angezogen hat. Mein Gott, ich dachte, die wären alle. Naja. Völlig durchgeknallt? Ja, das sind sie. Aber so wie Demenzpatienten im späten Stadium Phasen der Klarheit aufweisen, scheinen Opfer einer Stufe 2-Infektion eine Art rudimentäre Erinnerung behalten zu haben. Im Ernst? Im Ernst? Sehen Sie die Kleidung? Sie? Ist fast sauber, nicht? Also, nicht sauber. Aber die meisten Freaks sind von Kot und Dorin bedenkt. Ja, und wieder nicht. Tja, und wieder. Ziehen Sie ein paar, wir haben zwei Jahre eine Hose an. Gut. Haben Sie sich je gefragt, wieso so viele Freaks an Orten sind die Menschen linken? Nein, nämlich nicht. Ja, das stimmt wohl. Ja, wir denken, da könnte noch irgendwas sein. Die haben Ihnen schwer, die Sie in den Bekaufelbekommen haben, dass ich erinnere, dass es mal war. Warte, vielleicht klappt es doch so. Sie denken doch nicht, dass Sie lagen. Nein, nein. Wir haben CTs ganz gemacht. Sie sind so gut wie hier und tut. Sie sind so gut wie hier. Na ja, das bedeutet, dass ein paar von den Freaks morgens aufstehen, duschen gehen, sich anziehen, ihre goldene Lieblingsuhr anlegen, sich von der Familie verabschieden, einen lustigen Tag haben, uns fressen und sich anschließend einscheißen. Warum verschwenden diese Kerle ihre Zeit mit dem Scheiß? Das ist eine gute Frage, leger. Okay, jetzt muss ich nur noch von hier verschwinden. O'Brien, hörst du mich? O'Brien? Warte kurz. Ja, ich höre. Der Peilsender ist platziert und ich hab deine Daten. Dieser Forscher, männlich oder weiblich? Was? Warum? Ein Mann oder eine Frau? Ah, es war eine Frau und nein, ich weiß nicht, wie sie heißt. Okay. Perfekt, Junge. Oi, Memo. Wir haben mal einen neuen Fähigkeitspunkt. So, überleben. Was haben wir denn hier noch Schönes? Äh. Fähigkeitspunkt beim Sammeln doppelt so viele Pflanzen. Oh, das hört sich gut an. Perfekt. Dann haben wir auch hier Stufe 3. Dann machen wir hier Ausdauer als nächstes. Und dann als Letzte brauchen wir hier auf jeden Fall irgendwie. Zack und zack, sowas halt, ne? Na gut. Warte mal kurz. Kann ich theoretisch eine... Ja, kann ich ehre. Lass mal kurz zur Buse. Busey, Busey, Buse, mann. Busey, Busey, wie läuft die, äh, Arbeit? Wie sieht's denn aus? Bis später. Ach, das war's schon. Okay, nice. Er will jetzt kurz nach Busey gesehen. Aber er hat ne Prothese, ist schon mal nicht schlecht. Okay. Dann fahren wir mal rüber zu Iron Mike. Machen wir wieder die schnelle Variante. Spart hier einfach viel Zeit, Digga. Spart hier einfach einige. Vor allem mit dem, ich glaube, Stufe 3 Tank. Hast ja noch extra viel Reserve. Machen wir mal auf. St. John. Schau an Peaceful Lake vorbei, wenn's passt. Verpiss dich. Ich rede nicht mit dir. So, warte mal. Hier sieht's aus wie ne Munition. Ui, Memo. Äh. Ich glaube, ich geh lieber zuerst runter. Vorsicht, Vorsicht. Vorsicht, Vorsicht. Ja, das waren meine Waffen auf. Diek, 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 Diek. Wo warst du denn bloß so lang? Leer. Wie läuft's? Okay, den Rest haben wir gemacht. Und jetzt... Jo, jo, jetzt gehen wir ganz kurz erstmal rüber. Warte mal kurz. Äh, Heilung. Heilung. Wie? Ich hab keine Sterilisierung mehr mehr. Scheiße, Dreck. Deacon, St. John. Wie geht's dir? Es geht, Mann. Hey, Buzz. Ich bin hier, wenn was ist. Okay. Ich krieg nachher was rein. Komm vorbei. Perfekt, dann war schon mal das. Da brauch ich auf jeden Fall wieder Sterilisierungsmittel, Digga. Um ja bald wieder Bandagen zu machen. Weil ich hab kaum noch... So, Iron Mike. In seiner fetten Suite. Das habe ich schon... Ich mag solche Häuser, die so... Oldschool, Newschool angehaut sind. Ich find sowas mega geil. Ich weiß nicht mal, ob sie reingekommen sind. Was ist das Problem? Ach, wir... Wir gehen die Unterlagen durch. Die aus Shermans Camp. Da gibt's ne Miene, die eigentlich expandieren sollte. Ja, und er lagert bestimmt Sprengstoff. Ja. Aber jetzt sagt Stizo mir, dass wir da drin zwei Männer verloren haben. Hey, das hab ich nie gesagt, Mike. Okay, hör zu. Gib mir die Karte, ich hol den Sprengstoff... Hey! ...und er warst zum Teufel... Du vertraust ihm, Mike? Ich tue's nicht. Sag mal, wie viel zahlt Tucker denn so für eine Kiste TNT, ja? Hulich sich jetzt mal ab. Er macht seinen Job. Ach ja? Was macht er denn? Er bricht unseren Vertrag. Mit den Rippern. Macht blau. Hängt den Tag mit Ricky ab. Was hat er gemacht, hä? Was hast du gemacht, hä? Sitzt auf deinem Arsch und lässt die anderen arbeiten. Ich mache dieses Camp sicher. Keine Plünderer, Diebe und Drifter. Gut, Schluss jetzt. Schluss jetzt! Hey, du traust ihm nicht? Dann geh mit ihm. Aber denkt immer dran, alle beide, denkt dran. Wir gehören alle zum selben Camp. Alles klar, meinetwegen. Morgen früh steigen wir auf die Beiz und... Wir fahren jetzt. Jetzt? Ja. Jetzt, mitten in der Nacht. Klar, jetzt ist es dunkel. Da sind weniger Freaks in der Mine. Oh, natürlich. Ach, als du blau gemacht hast, hast du schwarze Helis gejagt. Und jetzt bist du ein Freak-Experte, ja? Man muss kein Experte sein, um zu wissen, dass Freaks nachts draußen sind. Okay, komm schon, das reicht! Okay. Okay. Du willst jetzt los? Dann fahren wir jetzt. Aber das behalte ich. Grundgütiger. Hey, hör zu. Er hat seine Probleme, wie jeder von uns auch. Aber er macht seinen Job. Er ist ein hoher Entsorgen. Ich erzähle das, Taurus und Evans. Dick, ich schätze, ich will nur sicher gehen, dass er da unten in der Mine keinen Unfall hat oder sowas. Scheiße, Mike. Für wen hältst du mich denn? Da bin ich mir immer noch nicht sicher. Wir sehen uns später. Okay, du alter Kokospiraten-Fisch-Kotazone, alter. Ja, okay, du Depp. Deacon, bist du da? Hier spricht Lost Lake. Over. Ja, Ricky, was gibt's? Ich wollte dich besuchen. Aber offensichtlich bist du nicht da. Das Gesa und ich erledigen was für Iron Mike. Wir sind morgen zurück. Was gibt's? Ich wollte nur wissen, wann wir den Strohwandler reparieren. Ich rufe die heiße Dusche immer noch nach dir. So ungefähr. Wir sind morgen früh zurück. Dann reden. Gegen Ende. Okay, Gummibahn-KI scheint mal richtig Unsinn zu machen. Wer kann nicht mit wem mithalten, Dorf fahren? Bleibst du denn? Was weiß ich, Bruder? Bring das hinter uns. Ja, Taurus und Evans. Sie waren keine Drifter, aber sie waren oft in der Außenwelt. Dachte, die packen das. Da lagst du wohl falsch. Die wurden schon ausgeschlachtet. Die scheiß Plünderer sind überall. Skiso, warum hast du das Zeug nicht mitgenommen, als du hier draußen nach ihnen gesucht hast? Weil hier zu viele Freaks waren. Deshalb. Wie die da. Nur viel mehr. Komm. Alles klar. Mike sagt, der Sprengstoff ist in Stahlkisten eingeschlossen. Irgendwo hier im Büro müssten Ersatzschlüssel für die Kisten sein. Oh, meine Ohren. Verdammte Krabbler. Ich hasse diese Scheißviecher. Da sind wir uns endlich mal einig. Verschlossen. Kannst du sie aufbrechen? Irgendwas blockiert sie von innen. Krabbler? Keine Ahnung. Wir müssen anders reinkommen. Gibt safe einen Weg. Hey, hier drüben. Ich glaube, ich kriege dich auf das Dach. Okay. Bereit? Ja. Hoch mit dir. Ja, Pissviecher, Alter. Das riesig nach einem Nest, Alter. Aha. Sehr gut. Machen wir mal auf, die Säge. Eine Dose. Verbände. Da kommt noch mal eine... Säge. Wo ist denn jetzt dieses... Ach so, die Krabble-Jährigen. Das waren wohl alle. Bist du okay? Ja. Danke der Nachfrage. Mann. Was für ein Chaos. Ich habe ja den Schlüssel. Wo ist er? Ach, erst jetzt darf ich rein. Okay. Das ist... So. Es geht so. Die Luft ist rein. Gut, gut. Sieh dich um. Vielleicht findest du ein paar Fackeln. Warte mal, du hast keine Taschenlampe dabei? Doch. Aber die Batterien sind leer. Die kriegt man in letzter Zeit fast nicht mehr. Zumindest keine, die noch Saft haben. Fackeln. Ach, noch mal aber, oder was? Ich habe mir noch ein bisschen. Nicht aufzukriegen. Es geht so. Ich habe Fackeln gefunden. Ja, versuch die Tür aufzubrechen. Ich komme und hole sie. Ach, jetzt fangen wir jetzt. Ja. Gib mir die Schlüssel. Was meinst du, die hier? Ja, Herr. Hey, hey, hey. Ich habe eine Idee. Du führst uns zu den Stahlkästen. Ich schließe sie auf. Oder gibt es da ein Problem? Kein Problem. Aber verliere sie nicht. Ja. Das werde ich mir merken. Ich habe sie. Dann mal los. Dann direkt hinter dir. Ja, ja. Gib mal rüber. Ja, da wird. Siehst du? Durch einen Einsturz blockiert. Wie ich gesagt habe. Hm, sieht aus, als könnten wir uns hier durchquetschen. Hilf mir mal. Hier. Drück. Ich drücke. Ich drücke. Klemm das unter den Steinen. Okay. So. Sieht das stabil aus? Stabil genug. Und denk dran. Lass die Knarre stecken. Sagtest du nicht, das wäre alles sauber? Nein, das habe ich nicht gesagt. Im Ernst. Wenn hier drin Freaks sind, dann reicht ein einziger Schuss, um sie alle anzulocken. Ich habe es jetzt gehört. Scheiße. 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 Ja, gut, das stimmt, ne? Den Höhlen, dir musst du mies aufpassen. Okay, der erste Erweiterungsbereich geht vom Hauptschacht ab. Los, hier lang. Dann direkt hinter dir. Ach, scheiße. Da kommen wir nicht durch. Sieh auf der Karte nach. Ist da noch ein Tunnel? Ein Lüftungsschacht? Die Karte hier zeigt einen Verbindungstunnel. Er war wohl instabil. Sie haben ihn dicht gemacht. Wo? Äh, hier hinten. Der war auf die Scheiße. Ja. Ja, sie haben ihn wohl verrammelt. Ey. Oh, das sieht nicht gerade stabil aus. Ich dachte, das sagte ich bereits. Ich habe nur das. Du hast die Taschenlampe. Also hast du die Ehre. Und wie? Ah, jetzt. Vielleicht gibt es einen Grund, dass sie die Erweiterung nie fertiggestellt haben. Ich meine, eine Stange Dynamit scheint auszureichen, um das hier alles einstürzen zu lassen. Ah, so schlimm ist es nicht. Nur so ein paar Holzdinger, um die Steine festzuhalten. Ist halt echt nicht viel. Los, los, los! Bist du okay? Zum Glück nichts gebrochen. Gott. Oh, scheiße, das war knapp. Ja. Dann haben wir jetzt keine Wahl mehr. Komm, hier land. Was machst du da? Wo nach sieht's denn aus? Ich lege Fackeln ab. Warum? Du hast doch die Karte. Das ist ein verdammtes Labyrinth. Ich will wissen, in welchen Tunneln wir schon waren. Okay, du Genie. Jetzt links. Okay. Oh, Gott. Komm her. Was? Was sind das deine Leute? Ja. Taurus hat immer dieselbe Scheiß-Weste getragen. Ich sagte immer, das grelle Orange bringt dich noch um. Hier drin war's wohl egal. Seinem Kumpel fehlte ein Arm, verblutet und... ...hat Taurus ne Weile ernährt. Hast du sowas schon mal gemacht? Nein, da gibt's ne Grenze bei mir. Ja. Bei dir auch. Bleib zurück. Die überlasse ich nicht den Freaks. Los, verschwenden wir von hier. Ah, schnell das Scheiß-Ding holen, wenn wir von hier verpissen, Digga. Na los, hier können wir uns durchzwängen. Ich folge dir. Das ist ganz schön recht. Geht es? Wer sitzt denn den ganzen Tag nur auf seinem Arschraum, hä? Oh, sehr witzig. Komm. Okay, der erste Erweiterungsbereich muss hier um die Ecke sein. Wenn du die Karte richtig liest. Ich leze sie richtig. Siehst du? Hast du noch die Schlüssel? Ja, hier. Ich hab'si, ich hab'si. Nichts. Sie ist leer. Scheiße. Oh, entschuldige. Glaubst du mir nicht? Doch. Das tue ich. Komm. Vielleicht ist alles an einem Ort. Dann sehen wir uns die andere an. Hier lang. Da gibt es noch ne zweite Kiste. Okay, ob die ist da was denn sonst. Äh, scheiß nicht. Gehen wir zurück. Und sehen nach, ob es noch einen Seitentunnel gibt. Sonst ist nix gut. Boah, ich fühl mich wie komisch hier. Das ist nicht der Weg, den wir gekommen sind. Was? Meinst du, die Fackeln sind hierher gewandert? Vielleicht bin ich verwirrt. Aber wir dürfen die Knaben nicht nehmen, ne? Moment, warte mal kurz, verdammt. Das ist der Haupttunnel. Was? Das ist der Haupttunnel. Siehst du die Schienen? Da waren keine Schienen, wo wir rein sind. Was zum Teufel? Aber das sind meine Fackeln, verdammt. Wie sind die? Oh, da will uns jemand verscheißern. Los, hier lang. Halt, halt, warte mal ne Sekunde. Bewege dich doch, die Ken! Wer zum Teufel ist hier? Komm raus! Zeig dich! Gisong, nimm das Ding runter. Was erzählst du da? Wenn das Ding losgeht, ein einziger Schuss, einer, dann stürzen sich sofort alle Freaks in diesen scheiß Tunneln auf uns. Du hast doch gesagt, die Tunnel wären um diese Zeit sicher. Was tut mir, blöde! Vorsicht, so treff ich dich! Verdammt, verdammt, er hat die Schlüssel. Scheiße. Wo bist du hinten? Er hat die Schlüssel, wir müssen ihn fangen. Was? Verdammt, geh, so ihr einen kommt! Scheiße, diga. Verdammt, du kleiner Scheißer, komm zurück! Dieses Stück Scheiße, ja, ne? Du miese Mistgebot! Ja, Mann! Das ist ein kleines Mistgebot, Alter. Das ist ein kleines Mistgebot! Verdammt, Scheiße. Begleit ihr sich bloß am vaspholfen. Ah Scheiße, Mann! Scheiße, Mann! Oh, Mann! Oh! Scheiße, nichts schießen! Was? Geh jetzt, Wurzeln! Geh jetzt, Wurzeln! Okay. Geh jetzt, Wurzeln! Kommt ihr, Hurensohne! Ja, wie sind Penispumpenkinder, bitte! Ja, Hurensohne! Wurzeln! 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 Wenn ich jetzt die Waffen will, kann ich es immer noch nicht machen! Gib mir das! Was für viel... Ach, Ficken, Alter! Ich muss wieder ein paar Autos ausschlachten. Wurzeln! Das war wohl der letzte. Von wegen, die Tunnel sind leer. Ich sag dir doch, was passiert, wenn du hier rumballerst? Was soll ich denn tun? Steine werfen? Was du tun sollst, du könntest das nächste Mal einfach auf mich hören! Nimm das. Wie du meinst? Gern geschehen. Wofür? Deinen Arsch zu retten. Wärst du nicht weggelaufen, wäre das nicht nötig gewesen. Bring mir den Scheiß jetzt zu Ende. Ja, ich bin bereit. Hier entlang. Pfff. Pfff. Also, der Arm von dem Typen. Eddie sagt, als wollte ihm jemand die Tattoos wegbrennen. Das waren Ripper, oder? Hast du was bestimmtes, Skizzle? Neulich war ein Drifter da. Er hatte gehört, dass die Ripper zwei Männer suchen. Mongrels, sagt dir das was? Tja, wie du siehst, trage ich immer noch die Kutte. Wir verstecken uns nicht, Skizzle. Wenn Carlos Bosa will, dann kann er ihn ganz einfach finden. Aber dann muss er zuerst an mir vorbei. Wir werden diesen Carlos so abschlachten, Alter, ich schwöre. Das wird doch kommen. Da freue ich mich drauf, dem zu zeigen, wer er da was ist. Was habt ihr gemacht? Das muss lang vor dem Vertragsbruch passiert sein. Lang bevor ich... Weißt du... Ich weiß es nicht, und es ist mir auch scheißegal. Hab ich Ripper getötet? Na klar, hab ich Ripper getötet. Und nach allem, was die Bosa angetan haben, lege ich diese verrückten Dreckskerle auch weiterhin oben. Ja. Und Carlos ist der verrückteste von allen. Du willst nicht auf seiner Liste stehen, Bruder. Was hab ich gerade gesagt? Es ist mir egal. Und ich bin auch nicht dein Bruder. Wie ich schon zu Iron Mike sagte, Carlos kann mich am Arsch lecken. Hey, ich wollte dich nur warnen. Du bist jetzt einer von uns, oder? Ja, ja. Okay. Mach dir keine Sorgen um mich. Wir passen auf uns auf. Ja, warum haben wir jetzt die Sehsche? Das ist der Weg. Okay, Digga. Dann müssen wir uns so gut, dass wir uns ganz schnell aus dieser Scheißhille verpissen. Bingo. Lass mal sehen. Ah, schick. Da wird sich der alte Mann aber freuen. Stimmt die Piste. Ja, das war's. Vergessen. Okay. Der Höhlezell aber auch so langsam von der Höhle aus der Höhle verziehen. Nein, ich bekomme ein schlechtes Gefühl. Ich mach das. Geht schon. Danke. Er glaubt, dass sein Vertrag mit den Rippern uns erst mal absichert. Das Problem, denen sind Verträge scheißegal. Der einzige Grund, warum sie noch nicht hier sind, ist, dass sie im Norden Koblen angreifen, das Hot Springs. Ja, ich weiß, ich war da. Du weißt also, wovon ich rede. Die Rippern. Und Iron Mike, er wird es geschehen lassen. Er wird zulassen, dass die Freak-Menschen über uns kommen, wie eine rote Flut. Es geht so, das weißt du nicht. Ach ja? Komm schon. Oh Mann, dass ein Tageslicht so glücklich macht. Scheiße, noch eine Gemeinsamkeit, die wir teilen, schon die zweite heute. Warte mal. Super. Hey Mann, meine Jungs waren ein bisschen wild. Ich geb's zu. Okay, ja, aufteil. Wir umzingeln sie. Okay, pass auf dich auf. Ja, mach dir keine Sorgen um mich. Mann, wir sind harmlos. Ey Schwester, ich hoffe, du wolltest reden. Haha, zeig's ihnen. Er hat sie erwischt. Jetzt wirst du büßen. Genau, Ars und fertig. Ich bin getroffen. Er schießt die Schweine. Haha, zeig's ihnen. Alles klar. Waren das alle? Kurz mal ausgestaltet. So, Digga. Wir müssen das Dynamit holen. Das müssen dieselben gewesen sein, die die Bikes ausgeschlachtet haben. Sie dachten, sie machen leichte Beute. Es war wohl nicht so leicht, wie sie gehofft hatten. Wie Wix Köper, Alter. Ich sag's nur ungern, aber wir sind ein gutes Team. Wir beide. Dann sag es auch nicht. Hey, ich muss dir was sagen. Als du mit Busa ins Camp kamst und Iron Mike euch empfing, mit offenen Armen, war für mich klar, dass der Alte langsam senil wird und weich. Okay, was willst du sagen, Skizel? Weißt du, wir beide sind auf Augenhöhe. Das weiß ich jetzt. Du weißt wie ich, wenn Iron Mike nicht langsam aufwacht, ist das Camp bald geliefert. Okay, und was willst du damit sagen? Hey, ich geh dir zwar immer schön auf den Sack, ist mir klar, aber... Aber... Viele Leute wissen, was du getan hast. Für deinen Freund. Und natürlich auch für das Camp. Die Dinge ändern sich, Mann. Wenn Iron Mike demnächst in Rente geht, sollten wir beide, wir sollten das Camp zusammen leiten. Du und ich... Das Camp leiten. Darüber wolltest du mit mir sprechen. Hey, hör mir zu, verdammt. Hör mir mal kurz zu. Also, ich hab viele Freunde im Rat des Camps. Sie sind dabei. Und die meisten sagen, der Alte muss gehen. Ja, das ist Bullshit. Ricky würde dem nie zustimmen. Ja, sie ist so weit. Und Mike vertraut dir, verdammt. Tja, das ist sein Fehler. Einer von vielen. Einer wird es nicht sein. Ey. Wir tun alles um zur Überlebensgesung. Das weiß ich. Aber weißt du noch, was ich über Grenzen gesagt habe? Und deinen Freund zu verraten, ist eine davon. Lieber den Alten, als das Ganze Camp. Denk mal drüber nach. Ach, Skizzle. Dem seine Art gefällt mir nicht. Da müssen wir jetzt aufpassen, Digga. Weil der Bruder, der ist sehr, sehr, sehr kritisch. Was heißt sehr kritisch? Der wird sehr kritisch sein. Scheiße. Warum vertraut Iron Mike diesem Arschloch überhaupt? Und darf ihn dann auch noch zum Sicherheitschef? Sicherheitschef. So. Lost Lake Camp kommen. Liegen St. John und Iron Mike. Digga, du und Skizzle, habt ihr ihn, den Sprengstoff? Ja, Mike. Wir haben ihn. Skizzle ist mit dem ganzen Zeug auf dem Rückweg. Hör zu, Mike. Ich muss dir was sagen. Das ist gut. Klasse. Aber er nutzt uns nichts, bis wir eine Sprengschnur haben. Das weißt du. Ich gehe unsere Unterlagen durch. Mike, hör mir zu. Skizzle. Ja. Ja. Hey, was denn? Wolltet ihr euch wieder gegenseitig abknallen? Nein, Mike. Aber er... Er will das Camp leiten, Mike. Das hat er gesagt. Oh Mann, das weiß ich doch. Das hab ich dir doch schon erzählt. Skizzle glaubt, ich sei Pazifist und führe uns in den Tod. Ich weiß, was er so redet. Mike. Wie gesagt, Skizzle hat so seine Probleme, aber... Das geht uns doch auch so. Danke. Aber ich kann auf mich selbst aufpassen. Mike, Ende. Ah, scheiße. Okay. Mach jeder einen Weg, Alter, Mike. Egal, wir werden es noch früh genug. Wir werden Skizzle auf jeden Fall ausschalten müssen. Wo ist Buzer? Ich weiß nicht. Was soll das heißen? Er war doch bei dir. Ja, das war er. Und dann ist er abgehauen oder sowas. Skizzle, was laberst du da? Fass mich nicht an. Hey. Er schnappte sich eine Flasche Whisky und sagte, er geht heim. Keine Ahnung. Und du, Arschloch, hast nicht mehr versucht, ihn aufzuhalten, ne? Hey, das haben wir. Aber manchmal muss man sie ziehen lassen. Der Mann ist einfach am Ende. Ja, Skizzle, du Hurensohn. Der Typ ist so ein ekelhafter Bastard. Und wir gehen Buzer suchen, Digga. Rikki, bist du da? Was ist los? Buzer ist rausgefahren und kann nicht zuhören. Mist. Willst du den Helfer? Hast du ihn gefunden? Nein, ich finde ihn. Ach dir, die Variation ist so ein Müll, Junge. Buzer, bist du da? Buzeman. Ja, Dig. Ja, Rikki. Ich bin hier. Wo zum Teufel steckst du es? Es wird schon dunkel. Wo, wo, auf der Farm? Ich, ich, ich bin auf der Farm. Schatz, bleib da, ich hol dich ab. Einfach hierbleib. Nein. Ich habe das nicht. Ich bin auf der, auf der Farm. Oh, McDonald's, McDonald's. Ja, Buzer, Mann. Tiss komplett durch. Aber komplett durch, Alter. Wenn die Ripper ihn erwischen, ist es vorbei. Nicht die Farm, oder? Ach so, Scheiße. Viecher. Oder ne, Bobbies. Keine Ahnung, was das für euch war. Okay, das ist die Farm. Rikki sagte, dass hier der Arbeitseinsatz ist. Buzer, bist du da? Buzeman. Ach, verdammt. Okay, das ist die Farm. Hey, wo ist Buzer? Wer? Hier ist niemand. Die Arbeiter haben Feierabend. Nein, er ist noch hier. Der große Kerl mit einem Arm. Ja, ich weiß, wen du meinst. Er ist in die Richtung gegangen, zum alten Farmhaus. Ich dachte, er wird da abgeholt. Ach, wenn du ihn siehst, dann sag ihm, er soll hier warten und funke mich oder Rikki an. Alles klar, Mann. Okay, Digga. So, jetzt rück, oder? Ah, ne, siehst du, was habe ich gesagt? Das verlassene Farmhaus. Wie ich es gesagt habe. So, Digga. Buzer! Bist du da? Skizor sagte, er hatte eine Flasche Whisky. Wo würde er wohl eine Flasche Whisky trinken? Muition. Hier ist gar nichts, also noch nichts. Aber safe hier irgendwo. Okay, hier ist Dings. Hier ist so Dings. Also gar nichts. Jetzt ist so Munition, aber... Vielleicht in dem Haus, Bro. Was muss es dann wohl sein? Wo ist das? Buzer, bist du hier drin? Hier ist die Flasche Whisky. Wie ein lesenswertes Buch aus. Eine Flasche Whisky. Leer. Oh, nee. Oh, nee. Oh, nee. Oh, nee. Alter, die Frese. Das ist gut. Ich bin Mund, ich bin. Das ist gut. Oh, nee. Das ist gut. Was ist das? Was ist das? Was ist das? Da. Wo lang? Na also? Bierflasche? Ja. Er ist da lang. Skizzo hat recht. Er will nach Hause. Er geht zu Fuß. Er kann nicht weit sein. Wo ist er? Boosman? Hey, Dick. Wie geht's, Bruder? Du sagtest, du bist auf der Farm. Da war ich gerade und du bist nicht auf der Farm, Booser. Welche? Oh, die andere Farm. Dick, ich bin bei der anderen Farm. Weißt du, ich hab ein Sixpack gefunden. Und wollte etwas raus, verstehst du? Kleiner Spaziergang bei so einem Atacke. Also... Also bin ich zur anderen Farm gegangen. Ja. Und McDonalds, helle Farm. Wie ein... Wie ein... Scheiße. Ach, das ist egal. Was machst du? Ich habe das. Ich weiß nicht, was ich bin. Das haben wir hier. Mehr Bierflaschen. Leer. Mehr Spuren. Hey, Save'Inhouse. Oh, Mann. Oh, Mann. Das ist klar, das ist doch nicht. Oh, Mann. Oh, Mann. Oh, Mann. Oh, Mann. Oh, Mann. Buzer, bist du hier drin? Buzman Oh, mal zu Hey, safe oben Was ist das? Und noch eine Bierflasche? Das Bett ist nass Oh, ich frag lieber nicht Buzer, wo bist du? Buz? Dick, ich dachte, du kommst und wir trinken Bier und gehen ein Stück Buzer, verdammt, wo bist du? Sieh dich einfach um und sag mir, was du siehst Was ist da? Gib mir was Auffälliges oder so Ich sagte doch Sieh dir das an Sieh dir was an, Buzer? Was ist da? Die Straße, die Straße Oh, sie ist weg Als ob sie irgendwer Keine Ahnung Einfach weggespült hat Die Straße ist weg Oh ja Als hätte sie Irgendwer Einfach Weggespült Weg Ich laufe Und Laufe Jetzt ist die Straße einfach weg Wo Wo gehst du hin, Buzer? Nach Hause Da geh ich hin Nach Hause Bleib Einfach da, ja? Bleib wo du bist Such dir ein Versteck Bis du mein Bein hörst Ich komme Ich will mich nicht verstecken Ich gehe nach Haus Weg Nach Haus Ja, er ist so zellbehindert Was ist das? Ach, noch eine Bierflasche Kaputte Straße, kaputte Straße Er kann nicht weit sein Wo war die Straße nochmal kaputt? Ach so, kann ich gar nicht Brauchst du mich? Ich bin gleich da Ich bin deinen Spuren gefuckt So, wie du es mir gezeigt hast Ach so, kann ich schon mal Bleib wo du bist, ja? Da ist er Ousman Da ist er Du Spasti Kleiner Abendspaziergang? Dirk Wie geht's dir, mein Freund? Ousar, wo willst du hin? Nach Haus Da will ich hin Wir können nicht zurück nach O'Leary Mountain Nein, ich gehe nicht nach O'Leary Mountain Sondern Farewell Ach, scheiße, komm schon Wir müssen dich Solltest du lieber nicht tun, Bruder Du musst mir eine reinhauen? Schön Dann reih dich ein, los Dann los Okay Das ist es also Das soll unser Ende sein Nein, nein, so läuft das nicht Hä, Ousar, hä? Ich Ousar Als damals deine Lady starb Was hab ich da gesagt? Ach, als Jodie Was hab ich gesagt, hä? Du hast dich voll abgeschossen mit Whisky Wolltest dich zu Tode saufen Was hab ich da gesagt? Du hast die Flasche Ausgekippt, Mann Eine verdammte Verschwendung Und du hast mir gesagt Wenn ich mich wirklich tot saufen will Dass du dann dabei bist Alle für einen Also wie gesagt, Bruder Warst das jetzt? Warst das? Ist das unser Ende? Wolltest du dass? Ich verschwinde mir von hier Wolltest du nicht Das ist das dein Ding Ich mache es! Dann mach schneller! Häh? Autos Autoprax ich sehe sie, Bruder Scheiße, Brieze! Scheiße, Brieze! Ich sehe sie, Brieze! Sind ja gleich da. Das war der letzte. Jetzt sind wir sicher. Ich weiß, wusste die ganze Zeit. Hey, hey, hey! Rosa, hör zu! Ich wollte nur sagen, danke, Mann. Ehrlich. Rosa, hör mir zu, Brieze! Ich bin hier raus und du hast mir den Arsch gerettet. Mal wieder. Wirklich. Ich schulde dir was, Bruder. Nein, nein, Buzzer. Ich schulde dir was, okay? Wenn du nicht wärst, dann wäre ich schon längst tot. Oder schlimmer. Ist doch klar? Oh, Scheiße, ja. Irgendwo wartet ein Bett auf mich. Okay. Ich hoffe, der Trip hat ihm gefallen. Alter, Scheiße, ich gucke doch die Zeit, wie spät das schon ist. Ja, Mann. Okay, nice. Ich habe beim Tierschutz gearbeitet. Okay, Jungs. Ich würde sagen, wir machen hier mal jetzt eine Folge Pause. Ich würde sagen, ich verabschiede mich jetzt mit der Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und wenn dann so ist, lasst doch gerne einen Like und Aura. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Wenn es wieder heißt, let's play days gone. Bis dahin, check die Mietze, fische die Zwiebeln. Und hau rein.